Hier befindet sich nun das letzte Finale des heutigen Tages, das letzte Rennen, die Meisterklasse, die Klasse Jugend plus Männlich U17. Hier wird es die hattesten Fights geben um jeden Platz, umkämpft von der Nummer 833, Dastien Haupt. Die Nummer 277, Sebastian Jabine. Nummer 298, Louis Arnold. Nummer 141, Philipp Möser. Die Nummer 69, Taguk Ostrowski. Und die Nummer 974, Sebastian Vincent. So, alle Fahrer nutzen die Strecke komplett aus. Hier wird bis an die weiße Linie gefahren. Die Fahrer sind mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs, bewegen sich jetzt am Mittelfeld der Strecke. Hart umkämpft ist Platz 1 und 2, wird es noch interessante Platzwechsel geben. Sie kommen in die vorletzte Kurve, das letzte Stück der Strecke. Hier entscheidet die Kraft, wer vorne liegt und wer hinten liegt. Es geht ins Ziel. Platz 1, 2, 3, 4.